ARD Text im Auftrag von Funk Einfach mal eingestampft. Ist er jetzt tot? Jaja, also ist da oben nicht mehr eine Reis dabei. Aber hier vorne ist es noch irgendwo hin? Nee. Ja doch, neben meiner Spinn ist es schon da vorne so noch hin. Nee, das ist doch hochgegangen mit dem... Nee, der ist ja... Jetzt... Den hab ich gar nicht gesehen. Den hätte ich glaube ich auch noch angreben können. Bin um zu überlegen, ob ich heile... Nein. Nee, brauchst du noch nicht. Zur Not kann ich das auch machen. Ich hab ja auch noch eine Geys auf dem Impa machen. Also... Ja. Was hier anbelangt, haben wir... ...mehr zu bekommen. Oh, hinten, guck dir's an. Ich greif mit nem Blitz an. Was passiert? Wir beide sind gelähmt. Ich sprenne! Ist der Stone? Ja. Verfehlt. Alter. Jetzt ist er tot. Die Spinne ist schon krass stark. Cool, ja. Spinne zu strong, Mann. Ohne Scheiß. Richtig geil. Hey. Was ist der nächste weg? Ist er. Die Vogelscheuche ist gerade explodiert. Ja, ich hab's gesehen. Ja. Der letzte da hinten. Gestern sind wir da glücklich dran gescheitert. Ja. Ohne Scheiß, ey. Bam. Bam, in your face. Warte, ich speichere erst mal nicht, dass da fallen sind. Also noch mehr. Ja, warte, ich heile noch schneller. Ja. Warte, ich heile drei. Wer muss denn noch geheilt werden? Wer selbst? Nein, ich will. Alter, es ist doch... Oh. Egal. Main Card, du musst noch geheilt werden. Stimmt. Das war der falsche. Wir müssen alle noch geheilt werden. Na komm. War ich sehr cool on the deck. Biu. 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 So. Ich dachte gerade, ich könnte schon wieder nicht laufen. Du bist noch ein alter Kurzbogen. So. So. Ich habe einen richtig geilen Bogen gekriegt. Der sieht richtig gut aus. Weg kommt? Toll, hier ist ein volles schwaches Schwert drin. Na da oben. Da oben ist der Weg drin. Oh, ich brenne. Neben liegen auch Tote. Warte mal. Ja, wir können ja hier auch hoch gehen. Hier ist noch so ein anderes Gebiet. Das sind auch noch so viele. Ja. Du warst bei dem... War das ein Haus? Ja, ne. Kommt zu mir. André. Ja, ja. Oben rechts meinst du jetzt so ein bisschen von uns. Da wo das Haus oder was auch immer ist. Ja, hier. Halt. Was mal. Warte mal. Mach mal hier vorne das Fass gehabt. Mach mal ganz viele Fässer drin. Ja. Vollgepanzer der Schütze. Das hört sich... Ja, super. Go Spider! Du hättest ja auch einfach an mich ran botten können, dass wir so ein Feuer gewesen sind. Ja. Du warst nämlich noch nicht im Kampf. Die Spinne! Der ist schon fast tot. Vor allem, wir hatten gestern einfach mal noch einen mehr, ne? Den Schleim kannst du anzünden, der da ist. Ja, ich will erstmal noch gucken, ob da... Vielleicht der Zombie noch mit reinläuft und so. Du musst erstmal aufs Schleichen raus. Du musst aufs Schleichen raus. Ja. Jetzt bewegst du dich, würde ich sagen, so. Da kommen schon Zombie-Lauf auch noch rein. Jawohl. Die kommen alle an. Ah, zu easy, Alter. Mit Magier ist es echt richtig. Oh Gott, können wir ja mal hochstellen, hä? Nein. Bam, in your face. Nein. Der Breed, der Zombie, der ist gleich von der Verbrennung tot. Wer fehlt? Irgendwas heilt den. Irgendwas heilt den. Ei, ei, ei. Er hat seinen eigenen genutzt. Jetzt geh aus dem Scheißschwein. Ja. Ich komme echt... Ich komme echt... Ich komme echt... Na, jetzt ist er gestorben. Der Zombie ist tot. Verbrennung. Mit dem Untoten, ja. Das war... Der Moment. Er kam schon. Da. Ja. Alter, wie das reinhaut einfach. Ja, das war jetzt aber in der Schriftrolle. Achso. Aber egal. Hier ist unsichtbar. Alter. Ja, da war fast nichts mehr. Der Striche. Hier. Der fehlt. Ach, da steht noch einer. Ja. Hab ich gar nicht gesehen. Egal. Netzt den weg. Warum kann ich den nicht angreifen? Ich kann mich nur buffen. Der braucht so... Das kostet so viel Aktionspunkte. Das ist ja echt nicht wahr. Ich muss das eigentlich nicht wahrnehmen. So. Hau ihn weg. Das ist ja immer schönes. Die immer noch ein bisschen leben. Die Spinne. Hau ihn weg. Normal attack einfach. Ja. Wir müssen uns selber auch machen. Ähm. Ne Rüstung drin. Die gleiche die ich hab. Die kann ich dir mal geben. Hast du Stärke? 8. Nee, ne? Stärke. Hab ich 5. Oh. Ich bin Magier. Einmal noch der andere Charakter. Die sind doch beide geheilt. Ne, der ist doch nicht ganz so leicht. Aber jetzt. Oh, da liegen noch ein paar Schriftfragen. Da liegt doch ziemlich viel rum. Mörser und Stösel. Schriftrolle der geringen Heilung. Ja. Magst du speichern? Ja. Läuft doch viel besser jetzt. Ja. Easy. Gerade mit der Spinne, ey. Die ist so ok. Das stimmt wirklich. Ich bin mal aus dem Regen hier raus. Was? Da habe ich da gewusst. In dem Haus. Das war's. Mulfram. Da ist ein Ding. Hä? Ah, das ist diese Mission, weißt du, mit der Kirche, irgendwie die Kirche und die Legion, wo die Untoten halt herkommen. Jetzt ist er bestimmt bei uns dabei, ne, doch nicht. Der vermisste Archäologie, wir haben den Archäologen vorher schon getroffen, er war der einzige Überleben der Expedition, die von Aureus. Er bat uns ihn nach, dass sie er zurückgebringen. Ja, der läuft schon los. Weil, wohin? Müssen wir gleich noch mal hier in Porten, ja. Die müssen wir auf jeden Fall, äh, war klar. Wenn er gezogen ist, hast du ja nur einer, sehr knuffig. Der Mörder, warte, was steht da? Untoter Mörder. Brauchst du gar keine Spinne. Das lässt du mir nicht hingehen. Nee. Fuck. Ich vergesse immer, dass es ja automatisch irgendeine Aktionspunkte mehr hat, oder eine Zugweite führt. Ich bin eine Karte in der Karte hier, hilf mir! Ja, ich habe ihn reiten und hört ihn einfach. Komm, gucken, ob ich bis hin drankomme. Ey, elf Aktionspunkte. Jawoll. Aha. Fertig. Hehehe, er greift ihn erst. Oh shit. Den müssen wir Blatt machen, sonst macht der... Ne, dass der Wolfram jetzt irgendeinen Mist macht. Ah ne, der kann gar nicht kämpfen. Ah, der ist jetzt eh down. Die Spinne regelt. Hehehe, take that, you undead vermin! Ah, der Dürfler. Ja, so weit war ja der Weg nicht. Ah, meine Spinne ist knuffig. Jetzt mag ich sie mittlerweile heute früh, fand ich sie wirklich. War klar. Ok, was haben wir hier? Zwo, Stufe drei. Ach, easy. Hallaboom. Hallo. Kommt man nach dem Himmel. Stammgast bei uns wird dein. Ja. Warum verfehlt meine Spinne? Greif mal das obere Vieh an. Oh, ich muss beenden. Ja. Ja. So. Ist zu weit weg. Oh, der hat Cooldown. Er greift halt mir den Spinne. Ja, easy. Ich bin nur ein Fuß in der Grappe hier. Ha, 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 ha! Vielen Dank.